Ich hoffe ihr habt wieder was zum knabbern dabei ihr Hurensöhne und damit herzlich willkommen zur 12. Folge beim Kampagnen Spezial mit den Eldar. Ich gehe zur Kampagne, gehe zur Sternenkarte, ich gehe zu Elenwe, gebe hier unten einen Punkt auf Angriff. Elenwes Angriffe senken die Verteidigung des Feindes und erhöhen den Schaden den dieser nimmt, kann kumulativ verwendet werden. Ich gehe auf OK, finde ich sehr geil. Ich gehe zur Sternenkarte und dann direkt nach Meridian. Und warum erzählst du mir davon? Hab gesagt, du sollst da finden und bewachen. Selbst wenn da Menschen's nicht zurückkommen, dann kommt irgendwer anders dafür. Wir sollen doch keiner die Punkte sich zurück machen, dass da Typen zu uns kommen. Das macht doch keinen Spaß. Wir brauchen da Punkte nur lang genug, um Daisy zu bauen. Und dann fängt das Spaß an. Ich gehe also auf Fortsetzen. Waffen mit hohem Schaden und niedriger Angriffsgeschwindigkeit sind effektiver gegen einzelne größere Ziele. Waffen mit niedrigem Schaden und hoher Angriffsgeschwindigkeit sind am effektivsten gegen Schwärme schwacher Gegner. Beachten Sie die Anzeige für Schaden gegen bestimmte Einheitentypen. Sie zeigt an, wie viel Schaden die Waffen einem bestimmten Einheitentyp zufügt. Was ist das? Was? Boss! Der Kampf kommt endlich zu uns! Was? Haltet sie von der Energiepunkte weg! Daisy ist noch nicht fertig! Orks, das wird ein hässlicher Kampf. Neues primäres Ziel. Neues primäres Ziel. Erobern und verteidigen sie den ersten Energiepunkt. Erobern und verteidigen sie den zweiten Energiepunkt. Und sekundäres Ziel. Töten sie den Weird Boy. Ich sage Bescheid, wenn ich ihn seh. Ich fürchte die Orks nicht. Sie schießen auf uns. Sie schießen auf uns. Mehr Orkbüten zum Vergießen. Mehr Orkbüten zum Vergießen. Keine. Deaktiviere dein Schild. Ich fürchte die Orks nicht. Nimm das Warp Portal ein. Ich baue eine Antigrafplattform und ziehe direkt weiter. Wir sind versammelt. Ich stimme zu. Eine gute Position. Überfall von feindlichen Storm-Boys. Konzentriert euch hier auf den Boss und dann oben auf den Bünderer dort. Der alleine da steht. Und dann auf das Gebäude daneben. Wir werden es zerstören. Heute beschreiben wir den Tag des Krieges. Wir werden es zerstören. Ich halte aus. Und dann auf das Gebäude. Und dann auf das Gebäude. Und dann auf das Gebäude. Wir werden es zerstören. Das wird uns gehören. Das wird uns gehören. Nehmt den Anforderungspunkt ein. Ich werde jetzt meine Einheit zymuliert. Ja. Borg-Einheit. Kommandieren. da oben mit dem stadt und den orangen leuchtenden gehirn ich sehe wie alle eine schöne stufe aufgestiegen sind das Ziel gehört mir der Feindsetzte mit dem Wirtball und die Ork-Psyoniker aus dem Feld das Ziel gehört mir wir müssen fort ein Orkischer Psyoniker ist einer Frau ich bin unterwegs keine tollpatschige Kreatur wird in meinen Geist eindringen ich bin unterwegs keine tollpatschige Kreatur wird in meinen Geist eindringen die Zerstörung ist vollendet unter großen Verlusten konnte ich ihn aufhalten das wird sehr schwere Konsequenzen für mich haben nehmt sofort das Warpott ich opfere den Runenlaser damit ich ihn umsonst wiederbeleben kann mit einer ganzen Truppe hier wie ich es jetzt mit dem Rage entdeckte ich hole mir ein Phantom drüben noch ein Antigraf Team ich bin jetzt unterwegs wir werden es zerstören wir werden es zerstören Ork wurde eine Fischung mit dem Visier genommen wir schlugen schlagt zu wir haben uns zugeben klar das halte ich nicht durch gibt es Befehle wir haben das Gericht gewonnen das ist eine leichtere Hier ist Granaten auf das Gebäude. Lass das Gebäude an. Lingen den Versorgungspunkt sofort ein. Zerstört noch ein paar Kisten, ich nehme die Energie daraus gerne raus. Wir haben Fuhlsoldaten auf dem Feld. Auf die Schwungvollstalle erst. Feuer erwidern. Zerstört das Gebäude sofort. Holen wir ihn uns. Anforderungspunkt, nehmt ihn ein. Elegan sind zu Recht. In mir. Anforderungspunkt erobert. Verstehe, bin auf dem Weg. Sie haben uns ins Visier genommen. Oh, Krummen. Sie nageln uns fest. Unterbeschuss von Orks. Sie haben uns ins Visier genommen. Feige Orks. Das Gebäude ist zerstört. Ich bin unterwegs. Orks haben keine Ahnung. Sie kämpfen aus dem Weg. Reinig diesen Wolken. Wir haben ihn so bedeutungslos. Arctil geteilt. Genießt den Moment des Triumphes. Wir nutzen die volle Bewahrung. Sie schnirfusseil. Schnell. Zerstört alles und jeden, der uns im Weg steht. Wir haben das Gefecht gewonnen. Sie tanzen nun den Tanz des Kriegers. Ihr Vorsäuerten sind Torsten. Orks. Wie wir es uns dachten. Das ist nicht sicher. Es ist nicht sicher. Dockenteam zu Ihrem Befehl. Ein Ork weniger, um den wir uns kümmern müssen. Mehr Ork-Blitz. Durch die Kisten dort. Wir nehmen die Energiebelohnung auf. Ich werde. Ich bin unterwegs. Mehr, das halte ich nicht durch. Sieg. Ich versuche mich zum Hauptquartier durchzuschlagen. Das werde ich dann erobern. Damit ich einen Phantom Lord Champion wiederholen kann. Ork. Werden... Juriken Kanonen unterbeschossen... DEUIS Genießt den Moment des Türlöffes! K mourning denn des.. besuchtes einfach einzunehm... men mal es ist die festgelegte stunde für den aufbruch. complain sie kämpfen ausutlichem er So, ich werde Runen-Propheten ein Chaos-Champion machen. Ich hole jetzt alles dran. Die Lebenden sollen zittern. Wir erbärmlich. Sie schießen ab uns. Wir verlichten alles, was gegen uns ist. Diese Tag war unverläufig. Die Zerstörung ist vollendet. 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 Ich nehme sofort den Versorgungspunkt dort ein. Aber Arcsötten... Wir werden wissen, dass es falsch gemacht wird. Wir führen uns gegen mir. Arcsötten! Erstaunt unseren neuen Besitz! Jetzt viel zu einfach. In die Schlachtweck-Waldboe. Ich bin unterwegs. Ich nehme das Warportal ein. Ich versuche einen schönen Ausgangreifen. Ich verstärkere mein Leben wieder. Gratis. Unsere Verstärkung ist hier. Ich bin unterwegs. Das Ziel ist nicht mehr. Barbarischer Orks. Genießt den Moment des Triumphes. Ich bin unterwegs. 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 Ich muss anbietern. Ich werde angegriffen! Feuer umgibt uns! Angriff! Ich habe die Erbietung der Hilfe geleistet. Wir haben das Gefecht gewonnen! Meisen Sie uns den Weg! Ich bin unterwegs! Ich stimme zu! Eine gute Position! Bin jetzt unterwegs dorthin! Ich bin unterwegs! Ich bin unterwegs! Guck mal, ich bin unterwegs! Was gehen wir? Das ist Deiner traurig! Sie müssen erliegen, unser Körper, ein Phantom-Kristall wird dadurch leicht durchschlungen. Genießt den Moment des Triumphers! Was muss ich heute von? Wenn unterwegs, das ist heute für mich. Heilevolles Eifel! Feier auf die Tons! Ich habe die Erliebende Hilfe geleistet, unter Beschuss von Orks. Das Gebäude ist zerstört und sie kriegt sie, aber nutzen sich ab. Sie schießen ab uns! Wir werden es nicht allein! Heilt den Energiepunkt ein. Ranger-Trop hier! Wir müssen fort! Ich bin hier festge... Ui! Was glaubt ihr, wer ihr seid? Ihr klaut, was wir rechtmäßig geklaut haben! Jungs! Rein und zurück erobern! Eine Umkehrgeneratorung wird angegriffen. Die Orks greifen wir auch bis zum Schluss! Und wir können uns nicht mehrattet werden. Und wir können uns auf der Welt Absolutely zu geben. Es ist die Schwere, die Orks greifen an. Sie schwören auf mich. Ich habe sie niedergetrampelt. Ich halte aus. Eine untere Generatoren wird angegürt. Bewegung bevor wir weitergehen. Genießt den Moment des Triumphers. Sie schlagen auf mich ein. Sie schlagen auf mich ein. Geschade, dass sie es nicht mehr haben. Ich werde scharfen Tod über den Feind niederregnen lassen. Eine volle Träume. Der Feind wird unsere Waffen verstummen lassen. Wir verdrücken das Fall. Sie schlagen auf mich eine Hilfe gelassen. Genießt den Moment des Triumphers. Unsere Waffen schneiden durch sie hindurch. Wie viele Leer und Schrauben. Sie getötet. Sieg. Wir haben da Energiepunkt noch nicht zurück. Wir haben da Energiepunkt noch nicht zurück. Der letzte Energiepunkt weg! Sie schlagen auf mich. Das Ziel ist nicht mehr. Verstehe! Bin auf dem Weg. Das Ziel ist anderer. Ihr habt verdeutliche Umegerleitung. Ich habe einen Dienstag um-Badus teilen. Das Ziel ist ein Du-Kviewe. Aber nicht bis zu mir! Um davor zu tun? im besitz ich schicke jetzt der große dacca zum zurück erobern selbst jetzt die nicht was ist meine bestimmung ich brauche eine auch selbst jetzt die nicht ich stimme zu eine gute position sie freuen auf mich ich habe es nicht mehr getan wird das ziel ist nicht mehr ein frust für unsere feier mich hat erbietende hilfe geleistet die orks greifen an die erbietende hilfe geleistet sie kämpfen ich habe es in der getrenheit genießt den moment des ziel ist nicht mehr wir werden auch eine volle salve sie Ihr Jungs habt der Energiepunkt noch nicht zurück? Toll, weg da! Wir nutzen da Energie von der anderen, um fertig zu werden! Ich bin unterwegs. Primäres Ziel, erobern Sie den letzten Energiepunkt. Bin jetzt unterwegs dorthin. Versteher, bin auf dem Weg. Ich stimme zu. Wir können nicht scheitern. Kontrollpunkt gesichtet. Das wird uns gehören. Selbst hier, ich werde voranschreiben. Wir füllen. Ach, wenn hier was gestampft werden soll, dann müsst ihr selber stampfen! Zeit für Daisy! Ja, ich bin Pretty. Wir sollten jetzt implementation- Wir stehen unter Wäschluss. Ich bin ein gestorberer Schwer-Augs. Ich habe dir die Erdung der Hilfe geleistet. Das Ziel ist nicht mehr. Ich bin ein gestorberer Schwer-Augs. Ich habe dir die Erdung der Hilfe geleistet. Zermalmte unter der Todesrolle! Die Hände verwarbbarer Vertor-Kristen. Ich habe dir die Erdung der Hilfe geleistet. Äh, Boss? Ich glaube, wir haben was getroffen, das wir nicht treffen sollten. Blödes Geschwätz! Es gibt nichts, was Daisy nicht treffen sollte! Barbarische Orks greifen mich an. Das ist Feindgebiet. Barbarische Orks greifen mich an. Barbarische Orks greifen mich an. Laufen! Der Sem kommt da! Ich höre, ich werde gehen. Sie schreit barbarischer Orks. Das Ziel ist nicht mehr. Barbarische Orks greifen mich an. Laufen! Der Sem kommt da! Ich gehe. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Barbarische Orks. Barbarische Orks. Der Nagel ist im roten Bereich. Das ist nicht gut. Ist doch gut, Dagit. Rot ist schneller. Wir stehen auf der Welt. Ich habe sie in der Gateranwelt. Ich werde gehen. Sie freuen auf mich. Sie halten unsere Fortschritte auf. Zermalmte unter der Todesrolle. Sie haben zu hören, dass das Klinge hintergefunden ist. Sie werden nicht kümmern. Orks kämpfen gegen uns. Das verdammte Orkding ist hinter uns her. Wir stehen unter Beschuss durch ihren Transporter. Ich werde nicht versagen. Nur noch Schrotz. Jetzt tu das! Explodieren! Der Triumph gehört uns. Gewährt die Fähigkeit, einen feindlichen Trupp zu verwirren. Dieser greift dann für eine kurze Zeit leichtsinnig alles in seinem Umfeld an. Ich gehe auf fortsetzen. Dieser Phantomkristallstab ist mit mehreren Seelensteinen versehen, die als Tränen der Icha bekannt sind und die meisten einiger der mächtigsten und verehrtesten Eldersäer der Vergangenheit enthalten, deren Seelen. Für den Eldagedisten-Trupp einen Runenleser hinzufügen, der den Trupp anführt, gewährt Verteidigungsboni und die Fähigkeit Stähler eine Entschlossenheit. Benji-Trupp gewährt die Fähigkeit Kampfschrei und gibt der Exarchen eine Todesklingenwaffe für den Einsatz gegen Fahrzeuge. Ich nehme den Stab und gehe auf. Fortsetzen Nun muss ich mich wohl auch noch fürs Zusehen bedanken. Tschüss Zusehen